Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Metro2030 Redux. Wir haben uns gerade hier durch die Rotarmee bzw. ein Stück davon gekämpft und da kommt schon der nächste. Ist jetzt gerade auf dem Weg irgendwohin. Ich hab keine Ahnung wohin wir uns gerade kämpfen. Wo hab ich das heute? Geht keine Ahnung. So, sind wir schon mal auf der anderen Seite. Oh, Brandtagen haben wir ja. Okay, da ist er noch. Tschüss. Da ist auch noch einer. Das war schön easy peasy. Durch. Sneaken. Kann ich auch K.O. hauen hier. Okay, geht sogar. Ja, den hauen wir auch nochmal oben. Ja, ziemlich coole Masken drauf muss man sagen. Oh, sehr gut. Hat denn meine AK. Oh, nice. Na, die doof. Na, die doof. Zip. Ja, man ist den man hier platt. Ja, man ist den man hier platt. Blatt da stehen, blatt da stehen, blatt da stehen, blatt da stehen. Und. Hallo. End. Ja. Kann man aber machen, ne. Was wertvolles hier? Ich glaube nicht, ne. Knitmodus an. Ah, naja einfach. Die Front. Und. Oh, halt. Oh, das soll zwar sein. Okay, echt dunkel. Lass das Ding da auf. Gibt's hier noch irgendwas cooles? Bäm. Natürlich jetzt schlecht. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Also sehr schlecht. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Alle. Oh, mein Schild macht nicht gerett, Mann. Gutes Argument. Also gut, du rote Abschaum. Bitte zu deinem Marx oder sonst wem. Ha, 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 ha. Wo sind die denn? Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht noch, ob wir dich schnell töten. Oh, Ninja. Oh, Ninja. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Hallo, Hallö-ュаются. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Drei Siene, dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Männer, gib dir deinen Augen, wenn du Neuigkeiten vom Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Und was ist mit dem Panzerwagen, wenn du den Panzerwagen aufnimmst? Nein. Oh, kann ich so rein. Seid ihr denn jetzt hingelaufen? Oh, die haben aber richtig aufgeräumt. Hallo? Du solltest das Geschütz bemannen, dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Also Leute, viel Glück. Oh, nett. Oh, du bist aber ganz schön. Boah, Alter, bisschen langsam. Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Also alles wieder mähen dann. Das ist das Nervigste, du weißt, und ich kann es kennen. Was muss man mit meiner Haustür machen? Das ist ziemlich nett. Also für mich ist es ein bisschen. Ich glaube für die andere Seite nicht, damit sie können wir mit den Stumpen gemacht. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Wir, wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Wir müssen Mohn liefern. Die haben ihre Mohnlieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben sie ihr Vizier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemommen! Boah, das Ding ist echt langsam. Boah, Alter. Einfach draufhalten, einfach draufhalten. Geflogen aus. Oh, das ist Hakatiya. irgendwas her, ist das Strom, aber ich weiß auch nicht. Oh, genau. ich bleib doch mal versteh hier war gar nichts mit dem lachtigkeit ist nicht so cool was so gut ist mir gar nicht gar nicht ja ja was zum geil kreis 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 ich sehe einfach gar nichts Ja, links, links. Ich kann nicht mal was machen hier. Ich sehe einfach hier. Was zum? Alter, was ist das denn für ein Witz? Ja, also ich kann nicht mal drehen. Was? Was? Ah, was ist hier? Ach, ich bin schlauer, wenn man die Finger nicht schlafen hat. es ist nicht es ist aber kann ich dieses dämliche nachzüglichen Oh mein Gott, es ist ein Panzer! Ähm, das hört sich nicht gesund an. Oh mein Gott, es ist ein Panzer! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist ein Panzer! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist ein Panzer! Oh mein Gott, es ist ein Panzer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!